Ich habe eine CD gemacht, zwei CDs sogar und ein Buch geschrieben. Das wollte ich schon immer mal tun und ich habe gedacht, ja warum nicht jetzt? Jetzt ist der Tag dafür und das Ganze heißt Transformation. Ich habe mich blau angemalt und habe das Ganze Transformation genannt. Und da gibt es so ein bisschen die Geschichten, die ich auch auf Reisen erlebt habe, die Songs, die da entstanden sind, aber auch die alten Mahnwachenhits. Der eine oder andere kennt es noch, also die sind da auch mit drauf. Und wenn ihr Bock drauf habt, dass das in die Realität umgesetzt wird, dann dürft ihr mich noch eine Woche, läuft diese Aktion noch auf Startnext, das ist eine Crowdfunding-Kampagne, da sammle ich Geld, um die Pressung und die Bindung des Buches zu machen. Denn das kostet immer ein bisschen Geld und das haben wir ja alle nicht, aber es ist ein tolles Tauschprinzip, auch da könnt ihr das Album zum Beispiel schon mal vorbestellen oder was ganz anderes, zum Beispiel eine Gesangsstunde bei mir oder eine schamanische Trommelbehandlung, die ich auch gerne. Also ihr könnt euch gerne was Nettes aussuchen, was ich euch dann gebe und ihr könnt mich schon mal vorher unterstützen, ein paar Feier dabei. Wäre ganz nett, könnt ihr mich einfach nur davor sprechen, wenn ihr Bock habt. Und das nächste Lied ist auch auf dieser CD und es heißt Systemflüchtling. Super Applaus hier an die spontane Musik. Lied ist auch für eine Zeit, wenn ihr es geht. Am Anfang werden wir geboren, erwarten nichts als Liebe, Menschen leben von vorn, wollen wir Einheit und Frieden, unsere Augen noch frei, unsere Herzen gelöst und eins. Es bringt man nur diesen Geist in ein System, als Zeit ist für uns in die Schule zu gehen, erlernen wir wie Sklaven zu operieren und im Leistungstruck zu bestehen. Und dann laden wir am Fließband, unser Lebensweg ist vorprogrammiert, als ob er schon bei Wikipedia steht, was willst du werden, ist die Frage, um die es uns geht. Doch damit meinen wir nicht frei und einzigartig keinen, sondern wo ist mein Platz in der Gefühligkeit, in einem Job, der uns klein macht und müde, bis zur Rente bleibt noch Zeit zu träumen. System, ich hole nicht weg, bin auf der Flucht vor dem System, es ist so eventuell wie unbeserwähnt, denn letzter Zeit riecht mich diese Löffel und wie unangenehmt. System, ich fühl mich klein und scheinbar im Existema, denn rand auf Freiheit ist im März, den Übersehen, ich leg die Felsenbrecher ab, wenn wir mal grenzen gehen. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und wir stehen in den Schlag der Bürokratie und verlangen vom Amt ein bisschen Würde auf Kredit, doch Zahnerei Wir sind mit Schulden der Doppel zurück. Drehen wir in den Bühnen der Wirtschaft vollkommen am Rad. Stupide Anonymen funktionieren wir Tag für Tag. Und mein Tochter ist da irgendetwas anders nah. Wir versuchen zu verstehen, dass der Verstand nicht begreift. Das fehlt mir zum Glück, das war nicht noch für den Verkommen ein. Schütteln uns ein mit der Angst, jemand sei unser Feind. Und diese Ängste, geschüttelt mir ihren Start. Natürlich durch den erlaublich Vorteil hat. Bleib du schön, ein schlimmes Rad im System. Denn sonst wird die Pyramide sicher nicht mehr. System. Scheine mit mir noch, das Glück war dem System. Es ist so warm und irgendwie so bewegt. Letztendlich sind diese Lücke, die Ohren anbelangt. System. System. Ich fühl mich einfach und scheinbar im Lebenssystem. Kein langer Beier, das ist nicht mehr so überdrehen. Ich bin so fest und manche auch für den Verletzern gehen. Ich bin ein System. 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 Wo bin ich hier? System. Und sie entscheiden für uns, was gut ist und schlecht. Wer bekommt heute unsere Waffen? Für den zählen wir heute unsere Pflicht. Wer ist heute der Böse? Erfahren wir im Sonntagskurier. Sie spielen Schacht mit Zinssoldaten auf menschlichem Fleisch. Und freuen mit Granaten auf die Menschlichkeit. Und wir stehen strang für die nächste Wahl. Sind wir alle Zeit bereit? Und ein Wunder bei uns, dass die ganze Welt verhandelt. Sind wir nicht alle auf der Flucht vor dem, was hier geschieht? Eine Elite, die Gefahren hängt, das große Auge ist zu sehen. Wissen wir nicht mehr, wohin wir noch flüchten sollen. Und die World Order würden Panzer nicht rollen. Nur noch viel sind selbst der Waffen, den wir wollen. Und wenn wir lieben, wir haben strahlende Blasblaue Haut. Unsere Augenblutrand haben auf alle bessere Zogen vertraut. Unsere Erde verbrannt, unsere Heimat beraubt. Sind wir die ersoffene Hoffnung auf Menschlichkeit? Und wir standen an den Stränden der Gebürgerlichkeit. Und uns schlagen unsere Körper an die Form einer Toddemokratie. Unsere Waffen zu stärken. Oh, mein System. Ich leine auf ein Waffen auf der Flucht vor dem System. Es ist so ein und so ein Weg, so unbequem. Und das ist einfach diese Laufung wie unangenehm. Wir sind Donc, einウ naszeill снимungs settle, Wir sind schon ein Waffen, ein Waffen yoursteam. Wir sind einfach die Waffen, sich zu sehen. Wir sind einfach die Laufung wie der Patient in der Lage verspastend mich. Und da ist nichtлемöglich. Wissen wir sind Unknown? Verstehen, wo ich hier verstehen, 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 verstehen. Verstehen, unter 60 Stunden, verstehen, verstehen. Todjährig sind weg, verstehen, verstehen, bohrtehen, verstehen. dich auf mich um euch auch eine leitend die auf schreit sich uns allein um noch es steigt auch nur frei denn haben Menschen sind auch frei ich bin so ho 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 wo Oh 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 Vielen Dank.